So, meine lieben Freunde, was ist geschehen? YouTube-Hertz-Willkommen, wir machen weiter mit Resident Evil 5. Wer dieses Spiel haben will, Spiele-Sponsor uns ist ein Link in der Videobeschreibung. Wir fangen an und ziehen durch. Ja, und dann gibt's irgendwann zwischendurch so einen Break. Kapitel 3 von 2. Ah ja, genau, wir sind ja wieder Gondel gestern, ne? Jupp. Die Hinrichtung. Ganta. Oh, Mann, ey. Huch. Das ist echt behindert gemacht. Oh. Alter. Toll, ich hab kein Gewehr bei. What the... Lol, die füttern den einfach. Guck mal, wie sie sich freuen, die kleinen Jahabis, Alter. Siehst du die? In dein Arschloch. Gerade zu. Alter, ich hab den seinen komischen Holzkopf da vor der Birne geschossen. Und dann komm mal her, dann lass mal tanzen, Keule. Und mich tangiert dein Gesicht per Wicht her. Aber... Wie schnell die ausstehen, die Arschgeige. Irgendwas hat mich gekocht. Da kommt ein Flattermann aus seinem Rücken. Muss mal reloaden. Irgendwas schießt oder wirft die Explosion. Mh, hab ich auch grad schon den Perfekt. Ach, da drüben der Arsch. Passt weg. Was geht denn jetzt schon wieder schief? Was macht er denn jetzt? Er tretet gegen den Knopf. Ach, guck dir den Lausbub an. Hast du gesehen? Dann müssen wir wohl mal rüber mit dem Party machen, ja? Warte mal, ich hab hier unten... Okay, da, ich kann den Floß hier bewegen. Ich hüpfe da mal rüber. Ach, das ist von der anderen Seite zu. Das heißt, du musst mich mit dem Floß da rüberfahren. Oh mein Gott. Ich kann mich noch dran erinnern. Wenn ich auf dem Floß bin, kommt das Krokodil und dann ist wieder Quick-Event-Time, Digga. Du musst auf dem Floß gehen. Ich bin... Ich will rauf, aber... Warte, hier schießt noch irgendwo einer. Von ganz hinten rechts. Jetzt, da wo ich hinschieße, da ist einer. Siehst du den? Der ist da hinten in dieser Hütte. Ah, ja, warte. Jetzt ist Ruhe im Schacht. So. Na, dann fahr mich mal. Kann ich das Krokodil auch anschießen? Ich weiß nicht, aber du musst mich auf jeden Fall verteidigen. Ich höre es mir am Boden. Au! Au! Ich bin weg. Okay. Da muss man schnell A und D drücken. Oh, jetzt sind wir wieder hier drinne. Ah, ich bin wieder am Floß. Okay. Okay, go. Ich kann ja nicht mal auf das Vieh schießen, das ist ja doof. Konzentrier dich mal lieber auf den Quick-Time-Event. Der geht nämlich jetzt gleich los. Aha, Bitch. Ich hoffe, das ist nur WSAD. Der Gastgeber hat die Ditzung beendet. Du hast das Spiel verlassen angeblich, aber ist egal, du bist ja noch drinne, oder? Degar. Man muss WSAD oder FAV drücken. Alter, wie soll ich das denn schaffen? Du bist nicht da. Ja, ich bin rausgeflogen. Warte mal. Da kannst du nochmal rein. Keine Ahnung, was das war gerade. Ich glaube, du solltest eher die Quick-Time-Events machen. Geht nicht. Wieso nicht? Warte mal kurz. Spielsitz zu beitreten wird gesucht. Ah, da bist du ja. Jetzt. Was war das denn jetzt? Wieso ist das einfach die Seed, Alter? Keine Ahnung. Mach einfach ja. Check ich nicht, Digga. Jetzt bist du da, oder? Ja, ich bin hier. Ja. Jetzt muss wieder Ausfluss. Okay, entweder, entweder wir müssen VF machen, oder WASD. Warte, ich halte einfach mal beide gedrückt. Digga, es gibt die Sitzung beim Blitz. Spiel wurde ausgesetzt. Ja, warte, ich versuche das hier durchzumachen kurz. Und wenn ich hier durch bin, dann gucke ich, dass du wieder dabei bist. Ja? Kannst du das alleine machen? Ja, ja, das geht alleine. Sie, es steuert ja alleine. Dann, das ist scheiße. Wenn du durch bist. Vielleicht ist das ein Wuck im Game. So, ich bin jetzt erstmal drüben. Weil ich weiß jetzt nicht, woran das liegt. Mein Internet läuft. Ja, wir hören uns ja auch. Ja. Die Schwester wird nicht. So, ich trete das jetzt mal auf. Jetzt ist die Dings runter. Ich gehe einfach mal in dieses Loch da schnell rein. Und du kannst ja dann gucken, ob du dann wieder beitreten kannst. Weil das ja... Alter, diese, diese, diese komischen... Äh, wie heißt das? Quicktime-Events sind halt Mega-Aids, ne? Ja, das ist anstrengend. Zumal das auch übelst viel Zeit wegnimmt. Und nicht so richtig verstanden. So, ich habe einen Kontrollpunkt. Kannst du mal gucken, ob du beitreten kannst? Warte, ich tapp mal kurz raus aus dem Spiel. Ja, warte. Will dich mal einladen. Du bist online auch, ne? Ja, ich bin online. Ja. Äh, zum Spiel einladen. Okay, ich habe dir eine Einladung gesendet. Ja. Spielsitzen zum Betreten, zum Beitreten wird gesucht. Ja, möchte ich Ihrem Spiel beitreten, Stuttgart. Kontrollpunkt be... Wird an Kontrollpunkt beitreten, okay. Starten Sie das Spiel neu, um sofort zu spielen, okay. Nächster Kontrollpunkt bist du dabei. Ich laufe hier mal. Ja, sag Bescheid, wenn ihr da ist. Jetzt müsstest du gleich kommen. Im Video gerade. Ich habe den BSAA. Was machen die hier? Jetzt müsstest du wieder da. Warte. Nee. Deine... Hier steht Antwort wird erwartet. Ich muss mich vielleicht noch irgendwie reinlassen. Vielleicht. Warte. Wir starten einfach vom Kontrollpunkt neu. Jetzt müsstest du mit reingehen. Ach ja. Ja, jetzt lädt er. Warte. Diese Altbuttonen. Ja, ist dem Spiel bei. Eingetreten, gut. Warte, dann verwalte ich noch mal kurz. Ja, dann. Wir werden noch kurz nur die Munition reinpacken. Ja, ich muss noch was kaufen. So. Warte kurz. Ich hab mal dick auf. Verbessern. Verbessern. Verbessern, verkaufen. Das mit der Munition ist echt ätzend, ne? Das ist mega ätzend. Also da hätte man das wirklich einbauen können, dass man das kaufen kann. Aber das... Das wir jetzt so... Disco... Bis du da? Ja, ich bin hier. Ich kann es weitermachen. Na, ich hoffe, jetzt funktioniert das auch, ey. Jetzt siehst du noch mal das eine Video wenigstens. Das ist eh nur kurz. Da haben die gesagt, irgendwas von... TCAA? Die sind hier? Was? What? Jetzt kommt das kurz. Die kleinen Arschlöcher machen auch irgendwas hier. Mal weiter durch. Mal gucken, was da noch kommt. Lange habe ich gehört. Was war das denn? Juwelenkliber. Hier ist Irving. Come on. Shever. 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 Hurry. Schneller, Shever. Wie nervig das ist, ey. So. Shever, komm schon. Oh ja, hier geht's los. Ich hätte wieder das Quer mitnehmen sollen, merke ich gerade. Hier ist Party angesagt. Da ist der Arsch. Na, da hättest du ihm aber auch ein Headdy geben können. Ab, 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 ab. Das mit dem Headdy ist immer so fragwürdig. Weil man hat so'n... Man hat immer so'n Kreis. Oh, fuck my ass. Hier kommt diese... Ja, diese... Äh, Dings-Ottos. Geh mal hoch. Die hier ihre... Die werfen hier ihren Scheiß. Explosionskacke werfen die hier. Oh, was hab ich gemacht? Ich hab was gedreht. Ach so. Ah, und so, da ist was von der anderen Seite verschlossen. Ja, da ist einfach Freude explodiert. Da fällt einer von Freude hinter dir runter. Wir müssen hier irgendwo hoch. Lol, den hab ich voll getroffen. Alter. Bin gleich down, glaub ich. Ach, Quatsch. Du musst all diese Dinger da drehen. Irgendwas hat mich gerade gehauen, aber ich weiß nicht was. Ach, da hinten. Alter, ich bin gleich tot. Ja, ich auch. Ich glaub, hier muss man noch was zu drinnen. Warte mal. Jetzt haben wir erstmal Ruhe. Warte. Ich glaub, ich weiß. Was ist das hier? Ach, du musst... Du musst mich hier reinhauen. Ah, hier. Ja, ja, hier musst du herkommen. Du musst dich hier festhalten. Warte, ich komme. Damit ich dich rüberballern kann. Ich hab auch einmal erste Hilfe dabei. Deswegen, ich sprüh uns gleich mal kurz an. Wo bist du denn? Einfach hoch hier. Rum einfach unten und dann die Treppe hier hoch. Und dann rechts, rechts, rechts. Du musst dich dann hier festhalten, Hasi. Sprü uns mal erstmal voll. Jetzt halt dich mal da fest. Wo? Da, festhalten. Ah, da unten. Ja, genau. Tschüss. Jetzt kannst du nämlich da drehen, ne? Ja. Fertig. Jetzt ist das erste aus. So, jetzt müssen wir das andere noch ausmachen. Das ist ja da oben. Ist ja gleich hier vorne. Das ist ja easy. Oh Gott. Oh, guck mal hier. Da will jemanden... Der ist hinter dir. Ja, er ist vor mir. Digga, du musst die große benutzen. Colt. Am besten. Na, warte. Dann pick ihn mal nochmal. Der frisst aber auch, der Wichser. Easy. Ja, die 45er ist halt überkrank, ne? So, was war hier? Nichts außer Geld braucht kein Mensch. Hm. Warte mal. Hier können wir nicht drehen. Da ist eins und so ein Drehding. Ja, ich hab schon eins gedreht. Wir müssen jetzt hoch und da durchlaufen. Ach, guck mal. Ich weiß... Ne, ich weiß wo wir hin müssen. Wir müssen rechts hoch. Da musst du mit mir wieder mitgehen. Hier, wo ich bin. Und dann fahr ich dich da rüber. Genau, und dann fährst du da rüber und drehst den letzten aus. Jupp. Schabba. Go. Schabba. Wir liegen... Durch Zufallmiel. Oh, oh. Noch einer. Okay, ich komm. Upsala. Ja, mach du mal an, das Ding da. Okay. Ich hab ihn schon. Meistens lässt sich was fallen. Guck mal, ob er was fallen gelassen hat. 2.700 Schuss sind halt schon... ekelhaft. Werd ich. Gut, jetzt können wir durch. Ja, 2.700 Schuss ballern halt, ne? Neh, mal die Miene mit. Mein haben oder nicht haben. Hier komm ich nicht runter. Du musst da ganz runterspringen. Was geht denn jetzt schon wieder? Wo bist du? Ups. Ich hab jetzt... paar Leute explodieren lassen. Hier kannst du mitnehmen. Geld. Freue ich nicht. Geld braue ich nicht. Rich kid. Hab ich genug von. Say the other rich kid. Hm. Nach Bossraum aus, ne? Hm. Jo. Mach schon mal die 45er aus.